Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 28. Januar Gott spricht zu Dir Der Bibelferst für heute steht in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er Euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und Euch verkünden, was kommen wird. Das klingt ziemlich selbstverständlich, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die bezweifeln, dass Gott wirklich zu uns spricht. Hast Du Dich schon einmal gefragt, ob Gott jemals zu Dir sprechen wird? Vielleicht freut es Dich zu hören, dass er es tut. Kurz vor seinem Tod sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ich hätte Euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es Euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er Euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Das kannst Du in Johannes 16, Verse 12 und 13 nachlesen. Jesus sagte das zu den Männern, mit denen er die letzten drei Jahre verbracht hatte. Trotzdem hätte er ihnen noch viel mehr zu sagen gehabt. Das ist erstaunlich. Ich wäre vermutlich davon ausgegangen, dass ich alles von Jesus gelernt hätte, was es zu wissen gibt, wenn ich drei Jahre lang Tag und Nacht mit ihm zusammen gewesen wäre. Aber Jesus hat uns immer noch mehr zu sagen, weil wir immer wieder neuen Situationen gegenüberstehen, in denen er uns führen will. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir Gott zu uns reden hören, auch wenn er nicht sichtbar vor uns steht. Durch Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes möchte Gott jeden Tag direkt zu Dir sprechen. Er will Dich Schritt für Schritt zu den guten Dingen führen, die er für Dich bereithält. In Lukas 11, Vers 13 steht, dass unser himmlischer Vater seinen Heiligen Geist allen schenkt, die ihn darum bitten. Ich will das noch einmal mit Nachdruck sagen. Jeder von uns kann Gottes Stimme hören und täglich vom Heiligen Geist geleitet werden. Hörst Du auf ihn? Ich lade Dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Gott, bitte leite mich durch den Heiligen Geist. Ich glaube, dass Du zu mir sprichst. Und ich will hören, was Du sagst. Amen. Danke, dass Du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei Dir ist und Dich durch den Tag leitet. Wenn Du gerne mehr Tipps für Deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell Dir doch kostenlos mein Magazin unter joys-maier.de slash magazin Hab einen gesegneten Tag! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's für den Tag! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!